Die Small Molecules, also die Medikamente, die wir klassischerweise kennen, wenn man es mit der Größe eines Fußballs vergleicht, liegt ein Biologikum im Vergleich dazu in einer ganz anderen Dimension und wir sprechen hier von einem Jumbo-Jet. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gesundheit und Innovation, dem Podcast, in dem wir über wissenschaftliche Innovation und medizinischen Fortschritt berichten und erklären, wie beides hilft Menschen immer besser und gezielter bei ihren individuellen gesundheitlichen Herausforderungen zu unterstützen. Unser derzeitiges Schwerpunktthema sind Biologika und nachdem wir uns in den bisherigen Folgen bereits mit Biologika im Allgemeinen beschäftigt haben und damit wie sie in den Körper gelangen, gehen wir heute einen Schritt weiter. Was passiert eigentlich, wenn das Biologikum im Körper ist? Wie wirkt es und woran merkt das der Patient? Um das zu verstehen, müssen wir uns aber zunächst noch einmal die Hauptunterschiede zwischen den verschiedenen Medikamententypen klar machen. Auf der einen Seite haben wir chemisch-synthetische Medikamente, die aus Small Molecules, also vergleichsweise kleinen Molekülen bestehen und die wir deswegen zum Beispiel in Form von Tabletten einnehmen können. Und demgegenüber stehen die Biologika. Biologika sind Moleküle, die nicht synthetisch hergestellt werden, sondern die von der Definition her von Säugetierzellen hergestellt werden, also von lebenden Systemen. Diese Biologika sind immer groß und diese Größe der Biologika macht es aus, dass sie nie, eigentlich nie als Pille oder als Tablette genommen werden können, weil sie einfach zu groß sind, um die Darmwand zu penetrieren und dann letztendlich in den Blutkreislauf zu gelangen. Erklärt Jochen Maas, der bei dem Gesundheitsunternehmen Sanofi Deutschland am Standort Frankfurt Höchst den Bereich Forschung und Entwicklung verantwortet. An diesem Standort arbeitet auch Sebastian Babus als medizinischer Leiter Immunologie. Um den Größenunterschied zwischen den Medikamentenarten zu verdeutlichen, greift er auf einen anschaulichen Vergleich zurück. Die Small Molecules, also die Medikamente, die wir klassischerweise kennen, wenn man es mit der Größe eines Fußballs vergleicht, liegt ein Biologikum im Vergleich dazu in einer ganz anderen Dimension und wir sprechen hier von einem Jumbojet. Ein Vergleich, der sich im Übrigen nicht nur auf die Größe bezieht, sondern auch auf die Komplexität. Denn so wie ein Jumbojet aus mehreren Millionen Teilen besteht, die nach einer präzisen Anleitung in der richtigen Reihenfolge zusammengesetzt werden müssen, ist auch die Herstellung von Biologika ein komplexer Vorgang. Um ein Biologikum in einem bestimmten Qualitätsbereich zu bekommen, sind daher mitunter mehr als 5000 kritische Schritte notwendig. Temperaturanpassungen, Kontrolle von Bewegung, Reibung und anderen physikalischen Kräften, pH-Wertkorrekturen, das Abführen von Abbauprodukten zum richtigen Zeitpunkt und vieles mehr. Das alles, um letztlich eine Struktur zu erschaffen, die im Körper des Patienten für eine bestimmte Zeit ganz präzise eine oder mehrere Aufgaben übernimmt. Zum Beispiel in Form eines Antikörpers, wie sie das menschliche Immunsystem ja auch selbst produziert. Das Besondere an Biologika ist ja der Herstellungsprozess. Und der Begriff Biologikum kommt ja daher, dass diese Moleküle biotechnologisch hergestellt werden und körpereigenen Molekülen ähneln. Damit bestehen sie im Grunde aus den gleichen Bausteinen, nämlich aus Peptiden, aus Aminosäuren. Je nachdem, was das entsprechende Biologikum für eine Funktion im Körper übernehmen soll. Ausgangsbasis für die Entwicklung ist daher immer das Zielmolekül, also der letztendliche Wirkort des Arzneimittels. Für dieses Zielmolekül werden dann eine Vielzahl sogenannter monoklonaler Antikörper produziert. Der Begriff erinnert nicht zufällig an das, was wir als Klonen kennen. Denn auch hier geht es darum, identische Kopien, also exakt baugleiche Zellen herzustellen. Monoklonal bedeutet in dem Fall, alle Antikörper, die am Ende auch vermarktet werden, stammen grundsätzlich von einer primären Zelle ab, die durch wiederholte Prozesse vermehrt wird. Und damit stellt man sicher, dass der Antikörper genau die gleiche Struktur hat. Was wichtig ist, um nicht mehr Prozesse im Körper zu beeinflussen, als gewünscht und notwendig. Es ist ein Copy-Paste-Prozess, der sicherstellt, dass beispielsweise der Antikörper nicht verschiedene Strukturmodelle auf einem Zielmolekül erkennt, sondern immer nur die gleiche Struktur. Doch so komplex und aufwendig das Design und die Herstellung des richtigen Antikörpers auch ist, am Ende ist das trotzdem nur der erste Schritt. Eine der größten Herausforderungen kommt nämlich erst noch. Wir müssen dieses Biologikum irgendwie an den Wirkort bringen. Und das funktioniert leider nur, indem wir das Molekül intakt halten. Und das ist alles andere als trivial. Schlucken kann man Biologika nicht. Das heißt, man könnte schon. Allerdings müsste das Medikament dann durch unseren Magen-Darm-Trakt. Keine gute Idee. Es ist ja eine Eiweißstruktur vergleichbar mit anderen Eiweißstrukturen, die wir auch als Nahrungsmittel kennen. Dieses Biologikum wird einfach verdaut. Auch auf anderem Wege, zum Beispiel als Creme, können Biologika nicht aufgenommen werden. Die Haut ist unsere natürliche Barriere gegenüber der Außenwelt. Sie soll verhindern, dass potenziell gefährliche Fremdstoffe in unseren Körper eindringen. Große Moleküle, wie die Antikörper eines Biologikums, können diesen physischen Schutzwall daher ebenfalls nicht durchdringen. Also wir haben hier eine Blockade. Es ist so, als würden wir versuchen, durch ein Türschloss ein Auto durchzuschieben. Ja, die Größenverhältnisse passen einfach nicht. Also müssen Biologika auf anderem Wege in den Körper gelangen. In der Regel werden sie daher unter die Haut oder direkt in die Vene gespritzt. Zum Beispiel mit vollautomatischen Spritzen, den Autoinjektoren, wie wir sie in der vorigen Folge bereits kennengelernt haben. Doch was passiert dann? Nicht nur mit der Magensäure und der Haut wehrt sich unser Körper ja bekanntlich gegen Fremdstoffe und Eindringlinge, sondern auch mithilfe des Immunsystems. Wie kann also verhindert werden, dass dieser Teil des körpereigenen Abwehrsystems das Biologikum neutralisiert, bevor es seine Wirkung entfalten kann? Im Grunde liegt es hauptsächlich daran, dass diese Molekülstruktur einem Antikörper, den wir von Natur aus auch produzieren, komplett ähnelt. Das heißt, es ist ein humane Antikörper, der keine Angriffsfläche für unser eigenes Immunsystem bietet. Das Biologikum wird daher gar nicht erst als Fremdkörper erkannt und dementsprechend vom Immunsystem auch nicht angegangen. Deshalb können die Biologika sehr passgenau designt werden und dementsprechend auch präziser wirken als Arzneimittel aus chemischen Wirkstoffen. Nämlich dann, wenn der Wirkstoff sich über das Blut- und Lymphsystem verteilt und schließlich sein jeweiliges Zielmolekül findet. Das kann zum Beispiel ein Oberflächenrezeptor sein, den es markiert, indem es dort andockt und diesen Rezeptor damit für andere Botenstoffe blockiert. Auf diese Weise kann das Medikament eine Signalweiterleitung unterbrechen. Andersherum kann ein biotechnologisch hergestellter Antikörper aber auch darauf spezialisiert sein, ein ganz bestimmtes Signalmolekül zu finden und zu inaktivieren, bevor dieses den zugehörigen Rezeptor erreicht. Das Ergebnis ist in beiden Fällen aber schlussendlich dasselbe. Die Signalkaskade, die bestimmte Krankheitssymptome verursacht, wird gehemmt. Und damit haben wir eben keine Aktivität mehr. Die Symptomatik bildet sich zurück und der Antikörper wird nach einer gewissen Zeit im Körper auch abgebaut. Patienten, die zum Beispiel an Neurodermitis leiden, merken die Wirkung des Biologikums an einem Nachlassen des Juckreizes. Bei Asthma geht die Anzahl der Anfälle zurück und bei Rheumatoide Arthritis bessern sich die Gelenkbeschwerden. Wir haben häufig Erkrankungen, die aufgrund ihrer Pathogenese, also ihrer Krankheitsentstehung zusammenhängen. Das heißt, die gleichen krankmachenden Mechanismen liegen diesen Erkrankungen zugrunde und führen aber zu einem zumindest nach außen hin anderen Bild. Wir sprechen da von zusammenhängenden Krankheitskomplexen, wie zum Beispiel dem atopischen Komplex, wo wir wissen, dass gemeinsame genetische Prädispositionen, aber auch Triggerfaktoren zu unterschiedlichen Krankheitsbildern führen, zum Beispiel zu atopischen Dermatitis, einer Erkrankung der Haut, auch bekannt als Neurodermitis oder aber auch zur Lungenkrankheit Asthma. Und auch hier sehen wir, es gibt eine Überlappung. Es betrifft nämlich Körperoberflächen und da ist es egal, ob diese Körperoberflächen nach innen gerichtet sind, wie bei der Lunge oder nach außen, wie bei der Haut. Auch eine chronische Entzündung der Speiseröhre ist Teil dieses Komplexes, ebenso wie Nasenpolypen. Denn auch hier handelt es sich letztlich um Erkrankungen der Kontaktoberfläche. Das bedeutet jedoch nicht, dass Patienten mit Neurodermitis automatisch immer auch unter Asthma oder Nasenpolypen leiden. Es kommt jedoch vor. Und hier ist es tatsächlich so, dass dadurch, dass Patienten auch von mehreren Erkrankungen gleichzeitig betroffen sein können, es nochmal viel interessanter ist, weil sie nicht verschiedene Medikamente für die jeweilige Erkrankung einnehmen müssen, sondern mit einer Therapie praktisch ein Großteil ihrer Beschwerden dann auch gelindert werden kann. Der große Trend in der Grundlagenforschung, sagt Sebastian Barbus, ist es daher, zu versuchen, die Zusammenhänge von Krankheiten zu erkennen. Sich also nicht auf die Linderung verschiedener Symptome zu konzentrieren, sondern darauf die womöglich gemeinsame Ursache von Krankheiten zu behandeln. Allerdings ist das eine Herausforderung, da sich die Gemeinsamkeiten nicht immer so leicht erkennen lassen wie im Fall der Beteiligung von Kontaktoberflächen. Andere Erkrankungen können auf dem Zusammenspiel mehrerer verschiedener Ursachen beruhen. Tatsächlich ist es eher so, dass auch einzelne Erkrankungen in sich so verschieden sind, so heterogen, dass dort mehrere Moleküle beteiligt sind. Man sieht, dass bestimmte Patienten auf einer Medikation alleine nicht ansprechen. Daher werden in manchen Medikamenten mehrere Moleküle kombiniert. Die Medizin der Zukunft könnte sich noch viel mehr an den jeweiligen Bedürfnissen und individuellen Gegebenheiten des einzelnen Patienten ausrichten. Also durch die zielgerichtete Applikation von Biologika kann man sagen, dass sie tatsächlich eher dafür geeignet sind als Small Molecules, die sehr breit wirken, die auch ungesteuert ihre Zielmoleküle erreichen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, werden wir auch noch ganz andere Behandlungsmethoden sehen, die jetzt auch noch in der Entwicklung sind. Doch ist diese Entwicklung ein mitunter langwieriger Prozess? Jahre, oft sogar deutlich mehr als ein Jahrzehnt, können vergehen, bis ein Medikament sämtliche Schritte der Entwicklung durchlaufen hat und dem Patienten zur Verfügung steht. Welche Schritte das im Einzelnen sind und warum sie so aufwendig sind, werden wir in der nächsten Folge besprechen. Alle bisher erschienenen Folgen von Gesundheit und Innovation finden Sie auf sanofi.de. Dort können Sie diesen Podcast auch abonnieren. Bis wir uns wiederhören, bleiben Sie gesund. Tschüss.